Warum wir jeden Tag von früh bis spät im Einsatz sind? Weil wir die einzige Hoffnung für die Hunde sind. Wir nehmen verstoßene, verletzte, kranke und behinderte Hunde auf. Wir geben ihnen eine Chance und schenken ihnen ein Leben in Würde. Ob starke Hautprobleme, ob Wunden, Verletzungen oder Knochenbrüche. Wir helfen ihnen. Viele werden ihren Müttern viel zu früh entrissen und bei uns ausgesetzt. Wir behandeln sie. Wir impfen sie. Wir füttern sie mit täglich frischem Futter. Wir lieben sie. Denn jeder von ihnen hat ein glückliches Leben verdient. Bitte helft uns ihnen zu helfen. Es geht nicht ohne eure Hilfe. Vielen Dank. VorIO WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020